ich begrüße euch ganz herzlich das allererste mal von der strecke coplenz mainz von der baureihe 103 fast 10.000 ps haben wir gerade vor uns und ihr hört es vielleicht schon beim tonfall ich bin extremst gespannt darauf was uns hier erwartet das ist auch meine erste komplette fahrt auf dieser strecke die ich mit euch zusammen hier mache und ich werde euch versuchen da möglichst viel zu zeigen das geht nicht so sehr nicht so viel um den fahrplan es geht um viel um diese lockt hier es geht um die strecke und ich werde euch versuchen eine ehrliche meinung dazu abzugeben zu der strecke wie die so gebaut ist wie die ja zu bewerten ist gucken uns erstmal vielleicht das modell von außen an hier die 103 196 strich zwei mit der wir gerade fahren mit der wundervollen te lackierung wir haben auch hier die ganzen seiten anschriften wie wir es kennen vom tsw alles wirklich hoch detailliert bremsgewichte wir haben dann hier die intercity wagen und zwar einmal zweite klasse großraum wagen und da hinten dran haben wir dann auch noch erste klasse abteilwagen nach wo sind sie ist auch noch zweite klasse zweite klasse jetzt müsste er kommen erste klasse da sehen wir das erste klasse abteil waren hier mit diesen alten sitzen die auch richtig richtig gemütlich sind also wer schon mal in einem abteil saß die sind wirklich unglaublich diese sitze schade dass wir die heute nicht mehr haben so wir sind hier in koblenz rechts haben wir noch mit linge eine baureihe 110 in orient rot wir stehen gerade im koblenzer hauptbahnhof da haben wir die recht berühmte das ist das glaube ich heute ich will das nicht ich will da jetzt nichts darüber sagen was genau das ist diese burg aber auf jeden fall hat was von die realität also man kann zu erahnen was es sein soll finde ich ich als jemand der sich in koblenz eigentlich ganz gut auskennt gucken wir uns noch mal den bahnhof vorplatz auch noch mal kurz an ach gut moment da kommen jetzt glaube ich gerade nicht raus ich glaube ins bahnhofs gebäude kommen wir auch nicht rein aber es sieht auf jeden fall ganz hübsch aus was fehlt ist leider festung ihren breitstein da oben aber okay normalerweise sieht man auch die festung nicht wirklich springen wir mal in diesen wundervollen führerstand rein der baureihe 103 und strecken mal den fahrt richtungswender rein und das ganze dann in neutralstellung so dann einmal hier türen auf der linken seite auf wir können den bremsschlüssel einmal drehen führerbremsventil ziehen wir mal leicht an bei nehmen wir lieber die direkte bremse und lösen die zuckbremse dann hier einmal die lokführer pult beleuchtung können sie vorne anmachen haupt und instrumenten beleuchtung hätte ich gerne signal lichter spitzen signale normal schon nochmal erwollt dreimal weiß und hinten zweimal rot das passt auch sehr gut aber ich liebe es ja hier so im frühen morgen wie das aussieht steuerung enter um die pzb und die lzb anzuschalten dann machen wir die türen auch schon wieder zu so was haben wir hier noch alles führerstand heizung leucht meldetest funktioniert auch nicht wie bei der baureihe 110 da war der schalter auch für nichts zu gebrauchen zu sammeln schien es an dann einmal fahrt richtungswender nach vorne wir können uns mal hier nach hinten drehen ob hier noch irgendwas zu bedienen ist führerstand beleuchtung können wir anschalten instrumenten und fahrplan leuchte jawohl jetzt haben wir auch das instrumenten licht an bei mann vorpult beleuchtung aha das ist das licht dort brauchen wir jetzt aber nicht heizung brauchen wir nicht schlussleuchten brauchen wir jetzt hier auch nicht so wie es ist passt das eigentlich ganz gut motorraum beleuchtung brauchen wir auch nicht da können wir übrigens rein dann würde ich sagen lösen wir die direkte bremse fahrt richtungswender ist dann vorwärtsstellung und wir schalten leistung auf jawohl übrigens hört man das von außen hier das schaltwerk ich schalte jetzt mal ein bisschen was auf man hört es auf jeden fall rattern ach baureihe 103 das ist der traum so dann schalten wir mal leistung auf wir dürfen ausfahren mit 60 also befreien wir uns jawohl lüfter gehen an und wir schalten leistung auf ich glaube die das oberstrom limit der 103 sind 600 ampere also schauen wir mal dass wir die nicht übersteigen herrlich das hier ist nicht bedienbar das gsm r da ist die handbremse ansonsten sonnenblende und so dass das wie immer bedienbar kann auch mal ruhig ein bisschen das höhere licht mal anmachen mal jetzt hier für die fahrt ausnahmsweise also fahren wir jetzt hier aus aus komplex die strecke ist seit heute verfügbar das video hier wird erscheinen oder erscheint glaube ich um 11 uhr am tag des release für die konsolen müsste es bereits release sein auf dem pc bei steam dauert das in der regel bis zu 17 18 uhr also das kommt dann noch so wieder von 140 waren und halten in bingerbrück als nächstes in der afb ist nicht verbaut das liegt aber auch daran dass 1997 bereits die afb in der 103 deaktiviert wurde weil es mal einen eisenbahnunfall gab und dabei kam raus dass es wohl die kombination aus afb und lzb war die dazu geführt hat dass der zug leider nicht rechtzeitig abbremsen konnte und entsprechend gab es da einen schlimm schlimmen eisenbahnunfall mit der barriere 103 die auch da vor ort glaube ich noch verschrottet wurde und seitdem wurde halt die afb ausgeschaltet ich möchte zu dem video hier sagen dass ich hier auf einem auf einer version spiele die noch vor release mir zur verfügung gestellt wurde das heißt also dass es durchaus gewisse dinge gibt die wir hier sehen vielleicht in irgendeiner form noch verbuggt sind die aber beim release vielleicht schon gefixt sein könnten also wenn ich mir zum beispiel diese bäume hier angucken dass die da so komisch weiß sind auf der distanz das verstehe ich nicht so ganz warum das der fall ist wenn man ranzugt dann ist es auch wieder weg also irgendwie so eine level of distance sache das gefällt mir ehrlich gesagt jetzt gerade schon mal nicht so sehr ist mir jetzt aber nur es fällt mir jetzt zum ersten mal auf gut hoffen wir dass das gefixt wird zum release aber hier sieht doch schön aus mit der wassertextur also so aber hier soll rein und lang so kilometer 98 wir sind an stolzen fels schon vorbei ich habe nebenbei den fahrplan von wikipedia offen um ein bisschen orientierung zu haben was sehr schade ist ist dass auf der anderen seite die strecke die rechte reinseite nicht mal angedeutet ist das hat aber wohl anscheinend damit zu tun dass das so eine auch so ein level of distance sache ist und dann die strecke die ganze zeit rein und wieder raus ploppen würde und so also da liegen halt jetzt gar keine gleise auf der anderen reinseite leider aber ja ja so ist es halt so ein paar geparkte autos da haben wir hier am bahnübergang vorbei jawohl das sieht doch schön aus so ich schalte mal noch ein bisschen leistung auf wir dürfen ja eigentlich 140 fahren in einem kilometer fahren wir an der reinse vorbei so höchste fahrstufe ist drin so hier ist rins schön so was gefällt mir sehr so was gefällt mir sehr so 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 ich bin jetzt gerade ordentlich reingegangen vorbei an spei so 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 140 sind wieder auf dem tacho fast noch ein bisschen mit der bremse rein so 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 schön hier oder so die stelle mit den beiden bergen so da haben wir eine ankündigung auf 100 das ist jetzt nicht so gut für eine streckenvorstellung habe ich das dynamische wetter aktiviert habe ich leider nicht daran gedacht das auszuschalten und aktuell hier habe ich noch keine gott für die strecke weil das noch zum zeitpunkt der aufnahme noch nicht released worden ist wir dürfen jetzt gleich ein bob hat vorbeifahren das ist hier ordentlich wolken aufgezogen vorbei an bob hat hier mit diesen türmen ja das ist natürlich nicht so ideal mir gefällt das auf jeden fall sehr dass wir durchgehen von der straße begleitet werden da fühlt sich die strecke gleich so viel lebendiger an uns ist leider bisher noch keiner entgegen kommen aber es ist halt auch noch recht früh vielleicht ist halt um diese uhrzeit auch noch nicht so viel zugverkehr das wird heute nicht das einzige video bleiben das wird auch noch weitere geben heute und sind ein weiteres achte da einfach auf dem kanal was da so angekündigt ist vermutlich irgendwas mit der 110 oh hallo das speaking of kai verkehr da ist auch schon so ich glaube wir können jetzt gerade in fahrstufe 16 sehr gut die geschwindigkeit halten ich würde ja sehr sehr gerne noch die trafo umschaltung mal ausprobieren aber das können wir halt erst ab 140 km h machen entsprechend hoffe ich dass es noch irgendein 160 abschnitt irgendwann gibt und wir dann einmal hoch mit der geschwindigkeit können da links auch schon wieder eine burg ein schloss ja extremst nebelig jetzt gerade ich werde da bei dem nächsten video auf jeden fall darauf achten dass es kein dynamisches wetter gibt und man die strecke besser sehen kann aber trotzdem finde ich das hat so etwas ganz stimmungsreiches oder in diesem hoch das war ein längerer freeze hier in diesem nebel lang zu fahren so dass das bockert bald bald salzig oder das war es zumindest dem hoch auf die 130 zu der lok muss man sagen die fährt sich wirklich sehr sehr gut macht wirklich sehr viel spaß im führerstand und zu sitzen wer mit der 110 gut klar gekommen ist da wird auch mit der 103 hier sehr gut klarkommen denke ich mal so viel unterschied ist jetzt was das fahren angeht nicht so ich denke ich denke ich bin dunkel geworden machen wir uns mal das führerstandslicht an was wir auch mal machen müssen ist die lok ähm unter lzb fahren das müssen wir definitiv machen aber das geht natürlich nicht hier auf dieser strecke uiuiui wir sind zu schnell viel zu schnell vielleicht müsste ich mal mehr auf die ähm geschwindigkeitstafeln achten so vorbei hier an boppt jetzt nach also es macht schon ordentlich spaß hier auf der strecke das muss ich wirklich sagen hier so wie sich das ganze hier nach links und nach rechts wendet und alles drum und dran also eine kleine mittelinsel hoch auf die 110 was jetzt natürlich ganz bitter ist ist dass wir jetzt gleich an st goershausen vorbeifahren und jetzt nicht wirklich auf die lorelei starren können lorelei ein moderner mythos wenn man so möchte ein mythos den clemens brentano erfunden hat den gab es nämlich vorher einfach noch gar nicht auch wenn viele denken dass lorelei irgendwas irgendwas mit griechischer mythologie und so stimmt tatsächlich gar nicht das ist ein mythos den einfach clemens brentano erfunden hat der aber so formuliert ist dass man glatt denken könnte dass es diese lorelei schon seit jahrtausenden vielleicht schon gibt das ist aber nicht der fall ein kleines bisschen schiff verkehr haben jetzt überhaupt schiffe gesehen bisher frage ich mich das fehlt irgendwie so ein bisschen vor signal ist grün da auch schon wieder eine burg so abschalten runter auf 90 und am nächsten bahnsteig vorbei nämlich war ich bin hinter der wand ich bin gefangen hinter der wand so jetzt ich wollte gucken wo wir sind wir sind nämlich in den ausgang st coa auch sind schon im tunnel guckt euch mal das tunnel portal an banktunnel st coa hier so ein campingplatz und da die lorelei ist das müsste sie doch glaube ich sein der fels da vorne ich frage mich gerade ob da in irgendeiner form fliegen wir mal einmal ganz kurz rüber ob da ein denkmal auch da steht nee hier ist kein denkmal der nebel der nebel ist weg also da muss ich sagen hier tunnel portal das ist schön aber das mit den bäumen verstehe ich nicht ich hoffe das ist im release nicht so hoch jemand hat die wasser textur geklaut das war ja im preview stream auch so auch da hoffe ich dass das im release dann nicht so drin ist das weiß ich nämlich nicht weil wie gesagt das nehme ich ein paar tage vor release auf und dieser fehler hier mit der wassertextur war ja bekannt es kann nämlich gut sein dass das jetzt schon behoben ist ich werde aber gucken dass ich heute noch einen live stream mache irgendwann heute abend und wir uns das ganze jetzt praktisch in der release version dann zusammen auch angucken da ist auch wieder die wassertextur außer wenigstens aufgehört neblig zu sein das ist doch mal gut hoch auf die 100 auch wieder ein bisschen weinbau was mir auch sehr gefällt ist die tatsache dass die autos hier angepasst sind so an die neunziger jahre dass wir diese ganzen türme hier haben also man kennt das so aus führerstandsmitfahrten hier dürfen 140 waren das führerstandsmitfahrten diese verschiedenen türme da haben wir ein kloster vielleicht wo ja dass sie das sieht einfach sehr gut aus wir fahren durch oberwiesel durch so leistung darf runter nehmen wir können auch das fenster hier natürlich öffnen also ein bisschen szenerie haben wir auf der anderen seite also es ist jetzt nicht komplett leer das ist ja schon mal etwas hier so felsen die ankündigung auf 120 also leistung raus und wir nehmen mal die ebremse beziehungsweise die dynamische bremse ab hier gelten die 120 haben wir jetzt erreicht auch da wieder so eine art kleine mittelinsel und dann fahren wir jetzt durch bacherach durch die schön einfach mitten durch die stadt durch das ist bacherach und ob hier wieder 130 fahren ein bisschen baustellen zeugs hier wieder eine burg und die beschleunigen und die beschleunigen und die beschleunigen und hier schon wieder die nächste burg ist das nicht schön links schriebergärten wieder so ein kleines türmchen eine sehr sehr steile straße hoch ankündigung auf 120 einfach die leistung raus und halten die 120 und da kommt uns ein steuerwagen entgegen mit der 110 hinten dran wird auch mitgeliefert und das ist niederrheinbach hier mit ampeln und so ein bisschen schnell unterwegs die autos einer der beiden ICEs jetzt haben wir einen ganz ganz seltenen Kandidaten gerade zufällig gesehen das ist es gibt nur genau zwei ICE-Fahrten im Fahrplan das ist der ICE aus Kassel-Würzburg die kann man auch selbst fahren wenn man möchte das ist ein bisschen anachronistisch weil die ICEs die wir halt im Spiel haben sind ein bisschen zu neu für 1997 aber ehrlich gesagt finde ich es nicht schlecht dass wir sie haben normalerweise begegnet man denen halt nicht außer man hat halt genau jetzt so einen Fahrplan eine Fahrplanfahrt erwischt wo die halt da sind aber das passiert sehr selten ich weiß nicht ob auf der anderen Seite ob wirklich hallo ob wirklich die Hänge so kahl bewachsen sind das glaube ich ehrlich gesagt nicht ich glaube schon das ist normalerweise oh guckt euch mal die Sonnenreflexion hier an ähm ah da scheint jetzt gleich glaube ich die Sonne aufzugehen ähm ja also normalerweise ist glaube ich die andere Seite deutlich stärker bewachsen mit Bäumen das wirkt mir jetzt so ein bisschen kahl das ist vermutlich der Performance geschuldet hier ein Schiff ich bin froh dass das schlechte Wetter wieder weg ist so vorbei an Trächtlingshausen habe ich hier dann 130 ach schaut mal wie schön das aussieht mit den Häusern die jetzt in langsam in den goldenen Sonnenstrahlen eingetrocht werden endlich an Trächtlingshausen vorbeifahren mit einem Bahnübergang uiuiuiuiui das ist nicht gut das darf eigentlich nicht sein aber ich glaube das war auch ähm bereits das war auch bereits im Stream zu sehen im Ankündigungsstream das sind so eine der Dinge von denen ich hoffe dass sie dann noch gefixt sind beim Release wie gesagt um es nochmals kurz zu erwähnen ich spiele hier auf einem Pre-Release-Bild auf einer Beta das heißt also dass es durchaus so Bugs gibt die hoffentlich dann in der Release-Version nicht mehr drin sind Irgendwie jetzt gleich die Beifahrt an Bingen noch mehr Schiffsverkehr hier die stehen aber es gibt keine fahrernden Schiffe ich glaube nicht so 120 gut dann lasst mir die Leistung drin Signale weiter in grün Kilometer 150 also hier einmal vorbei an Bingen das gibt glaube ich eine Zwangsbremsung kommt Leistung raus und bremsen das gibt glaube ich eine Zwangsbremsung oh wir müssen anhalten nein ich warfe ein rotes Signal nein halt an halt an halt an oh Gott halt an haha fast perfekt zum Halten gekommen das war geplant so ja schauen wir mal dass die Bremsen sich lösen dann müssen wir noch ein paar Meter vorrücken hier in Bingen hier in Bingen da fährt jetzt auch gerade der Regionalzug ein nach nicht einsteigen der Fehler der endet hier oder das ist immer noch nicht so ganz äh gefixt mit den Zugzielanzeigen so wir können jetzt auf jeden Fall weiterfahren wir müssen jetzt noch die paar Meter hier vorrücken so wir lassen die Türen wir machen die Türen auf und ich würde sagen jetzt ist doch mal ein guter Zeitpunkt um sich mal ein bisschen hier ähm im Zug mal umzugucken Tür zu Tür Tür dann nicht gehen wir einmal hier rein in die zweite Klasse hier mit diesen wundervollen Sitzen in diesem blau-pink ja sieht auf jeden Fall sehr gemütlich aus ehrlich gesagt sieht sieht irgendwie gemütlicher aus als das moderne Design ne so sieht es in den zweiten Klasse Klasse Wagen aus ähm ja gehen wir mal in die erste Klasse Wagen rein hier in Bingen am Rhein das sieht schon das sieht schon hübsch aus oder wenn man das jetzt mal so vergleicht mit so Hauptstrecke rein Ruhe oder sowas das ist schon ein riesiger Unterschied so erste Klasse Wagen gehen wir mal rein ist hier eigentlich irgendwas mittlerweile bedient war ne ok dann einmal Türen auf Reservierungen naja haben wir jetzt nicht aber das sieht doch sehr schön aus auch wenn ich glaube dass die Vorhänge eigentlich anders aussehen na das ist ja diese Textur aus den Regionalzügen aus von den Sitzen jetzt hier für die Kopf für das Kopfpolster nicht ganz der Realität entsprechend aber glaube ich zumindest aber gut ist jetzt auch nicht so weiter schlimm ne kann auch natürlich zwischen den Wagen hin und her wandern machen wir jetzt aber nicht sondern wir gehen mal wieder zurück und müssen eigentlich schon weiterfahren haben es aber auch glaube ich nicht mehr allzu weit was ist das so ein kleines Wartehäuschen falls es mal regnet so wunderschön einmal hochgeklettert Tür zu Tür zu hinsetzen Tür zu Signal ist auch schon wieder grün wir lösen die Bremse na noch circa ein Bar im Kampszylinder ok bremsen sind gelöst wir schalten Leistung auf hier noch ein Güterzug abgestellt hier noch mehr Güterwagen die werden noch mitgeliefert gibt es eigentlich Bügelfeuer habe ich gar nicht drauf geachtet bisher die 103er hatten hier erstmal oh was ist denn los warum ist der Richtungsschalter aus gewesen habe ich die falsche Taste gedrückt die 103er hatten hier glaube ich auch erstmal einen Scheren Stromabnehmer gehabt nachdem aber das ein oder andere mal die Oberleitung runtergerissen wurde vom Stromabnehmer hat man dann die Stromabnehmer ausgetauscht und hat dann im Grunde mit einigen 111ern getauscht die 111er bekamen dann den Scheren Stromabnehmer der 103 und die 103er bekamen dann diese Stromabnehmer hier von der Baurei 111 spendiert das ist die Strecke nach Saarbrücken okay das Tür die Erinnerung darin die Türen zu öffnen sollte eigentlich nicht beim beschleunigen kommen sondern nur beim Bremsen glaube ich das sollte eigentlich nicht sein glaube ich zumindest die sind übrigens hier glaube ich auch interaktiv aber glaube ich aber ich glaube auch nur wenn man als First Person davor steht und nicht mit der Kamera so einmal hoch auf die 100 sind wir hier bringen Rheinstadt oh wir dürfen auf die 160 hoch so dann machen wir das jetzt mal versuchen wir das mal mit der Trafo Umschaltung das ist dann hier in dieser Taster gucken wir mal dass wir die 140 erreichen ist das da links oh das ist immer süß so wir haben jetzt gleich die 140 erreicht das heißt also wir müssen jetzt die Leistung runternehmen na komm bisschen noch so genau jetzt Leistung runter warten bis keine Leistung mehr aufgeschaltet wird so und jetzt den Trafschalter auf ein so und jetzt haben wir glaube ich mehr Leistung zur Verfügung ich hoffe dass das geklappt hat jetzt können wir nämlich mehr Windungen abgreifen von der Oberleitung nicht so viel Leistung auf einmal wir wollen jetzt nicht das Oberstromlimit da rankommen Kilometer 6 2 die Kilometrierung hat sich übrigens geändert nach Bingen da war nämlich die ehemalige Grenze zwischen Preußen und Hessen deshalb hat dann dort auch damals praktisch eine Neustrecke angefangen dementsprechend hat sich auch die Kilometrierung dann wieder ja war die auf null gesetzt jetzt sind wir im Grunde genommen in Hessen laut ehemaligen Grenzen ich weiß nicht wo in echt die Grenzen sind so den am Sprung wieder auslösen und ich glaube die Trafo Umschaltung können wir wieder auf ausstellen oder und schauen dass wir mal die Leistung halten das ist jetzt hier Gau Alkesheim das ist ein kleiner Tippfehler das heißt eigentlich Algesheim so ab hier ab hier wieder wieder 160 dann ihr kennt es wir machen es nochmal mit der Trafo Umschaltung da wobei lohnt sich gar nicht wenn wir jeden Kilometer wieder 150 fahren müssen dann behalten wir das dabei und haben noch 16 Kilometer bis wir in Mainz angekommen sind das hier das hier ist Ingelheim da doch wir haben Oberleitung das Bügelfeuer jetzt wird es hier ordentlich dunkel weil es ordentlich bedeckt ist so hoch auf die 160 wir können auch hier den Scheibenwischer bedienen die Geschwindigkeit können wir sogar einstellen hier auf der anderen Seite auch so wir sind bei den 160 angekommen also Leistung wieder schnell runter bevor die PZB anfängt zu meckern so das ist der Bahnhof von Heidersheim in Rheinhessen und noch 10 Kilometer bis wir in Mainz sind wo unsere Fahrt und heute auch endet und ich finde eigentlich ehrlich gesagt das ist eine angemessene Distanz hier von Intercity ist zwar jetzt ja gut wir hatten einen Zwischenhalt es gibt ja auch Intercities die mehrere Zwischenhalte haben wir sind jetzt hier den Intercity 721 der von Köln nach Nürnberg fährt der Intercity Main-Franken es gibt Intercitys die halten etwas häufiger auf der Strecke es gibt Intercitys die nur zwischen Kroblitz und Mainz hin und her fahren ohne zwischendurch zu halten also da gibt es auf jeden Fall sehr sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten wie man hier die Strecke erleben kann und das finde ich uiuiui ein längerer Stotterer und das finde ich auf jeden Fall eine Stärke der Strecke das muss man auf jeden Fall der Strecke zugute halten ja kommen wir mal langsam so in Richtung eines Fazits auch wenn wir noch nicht in Mainz sind und das Fazit muss man jetzt noch so ein bisschen mit Vorsicht genießen wie gesagt ich bin ja auf so einem ich fahre ja gerade eine Version der Strecke die so nicht veröffentlicht wird sondern da ja noch Kleinigkeiten wohl noch geändert werden natürlich sind ein paar Bugs dabei die sind mir jetzt auch aufgefallen die habe ich ja auch benannt und das ist nicht schön also was mir zum Beispiel wirklich gar nicht gefällt ist das mit den Bäumen das habe ich jetzt auch wirklich nur hier auf dieser Strecke bisher gesehen also keine Ahnung was es damit hier auf sich hat aber hoffen wir einfach mal dass das zum Release schon wieder weg ist ein großer Minuspunkt meiner Meinung nach ist dass es keine fahrenden Schiffe auf dem Reihen gibt glaube ich ich habe jetzt keine gesehen alle die wir gesehen haben die standen halt und da finde ich das auf jeden Fall ausbaufähig die Szenerie an sich aber wirklich sehr sehr schön gemacht die Strecke wirklich schön ausgebaut guckt euch mal die ganzen Details hier rechts und links an das Fahrzeug I103 definitiv einer der besten Fahrzeuge die wir im TSV haben gar keine Frage der Sound kann ich schlecht beurteilen ehrlicherweise weil ich jetzt nicht so firm bin mit dem Sound der 101 äh der 103 ich glaube der ist schon ganz okay ähm ist vielleicht nicht der allerbeste auf der Welt aber ist jetzt auch nicht irgendwie der schlechteste also ich glaube damit damit kommt man schon äh ja da kann man schon Daumen hoch geben für den Sound ähm die Intercity Wagen genauso auch Daumen hoch schöne Alkierung schöne Innenräume ähm kann man nichts zu sagen die Baureihe 110 die kennen wir ja schon aus Bremen Oldenburg die N Wagen ja auch ähm insgesamt ich bin sehr fasziniert von all den Bauwerken hier rechts und links von der Strecke von der Szenerie die ganzen Schlösser die wir gesehen haben ähm die Streckenführung hier wie sich das Ganze hier entlang des Rheins windet die Autos die nebenher gefahren sind ähm all die ganzen Bahnhöfe das sind ja glaube ich über 25 Bahnhöfe insgesamt ähm das ist schon ordentlich ein Stück zu bauen so Leistung raus das ist nicht ohne diese einzelnen individuellen Bahnhöfe Bremsverhalten der 103 muss ich mir noch ein bisschen ja muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen ähm wir sind jetzt keine Gamebreaking Bugs aufgefallen ehrlicherweise also nichts wo ich wirklich sagen würde ähm das geht gar nicht vor allen Dingen so in Bezug auf ähm die Züge und jetzt die äh Signalisierung zum Beispiel habe ich jetzt keine Fehler gesehen ähm KI Verkehr sieht auf jeden Fall gut aus so die wichtigen Sachen ich glaube das das sitzt schon alles sehr sehr gut die vergleichsweise ja so so Nebenschauplätze wie zum Beispiel jetzt der Schiffsverkehr ja das muss das muss auf jeden Fall besser gehen wir brauchen mehr Schiffsmodelle die müssen auch fahren ähm generell die Ausgestaltung der anderen Rheinseite ist natürlich nicht so ideal aber wir kriegen ja auch die linke Rheinstrecke geliefert und nicht die rechte Rheinstrecke es hatte niemand gesagt dass die rechte Rheinstrecke gebaut wird insofern schade aber verständlich ähm Ankündigung auf 80 bestätigen wir gut die PZB lässt uns dann ruhe weil wir eh schon unter 80 sind ähm prinzipiell würde ich persönlich ähm eine Kaufempfehlung geben alleine schon wegen der Baureihe 103 alleine schon weil das wirklich ein unglaublich guter Zug ist der sehr viel Spaß macht ihn zu fahren auch die Strecke trotz einiger kleinerer Schwächen insgesamt doch meiner Meinung nach wirklich äh schon qualitativ hochwertig und auch vielleicht um einiges hochwertiger als äh ja Strecken wie zum Beispiel also ich persönlich hab hier mehr Spaß als auf Kassel-Würzburg Kassel-Würzburg ist für mich vergleichsweise langweilig auch wenn es eine gut gemachte Strecke ist aber das Gameplay spricht mich da weniger an als hier jetzt zum Beispiel das ist mehr so das was ich mir wünsche für TSW und das macht schon die Strecke ehrlicherweise sehr sehr gut ähm die Details die Szenerie die Bahnsteige die Bahnhöfe und man fühlt sich schon so ein kleines bisschen die Zeit zurückversetzt gerade so mit dem KI-Verkehr der einem so entgegenkommt mit den Autos jetzt hier mit mit diesem alten Bahnhofsdach von Mainz Hauptbahnhof Mainz sieht ja heute ganz anders aus man kriegt schon den Eindruck das spielt nicht in der Jetzt-Zeit und was natürlich schade ist sind die äh ist die fehlenden äh sind die fehlenden ähm Fahrgastinformationsanzeigen und da hoffen wir mal dass die irgendwann noch kommen so lösen wir wieder die Bremse und halten dann bündig am Signal an so wir halten an naja also schaut sie euch an die Lok ich meine für den Train Simulator kostet ja die VR 103 kostet ja auch weiß ich die irgendwas zwischen 20 und 30 Euro und das ist ja nur die Lok mit irgendwelchen Passagierwagen also da muss man schon sagen für den gleichen Preis jetzt hier die Lok die Wagen die 110 die N Wagen und die Strecke mit oben drauf also das ist schon ehrlicherweise glaube ich ein ganz guter Deal eigentlich kann man sich da nicht beschweren ausbaufähig ja weil der Zug an sich ehrlich gesagt nicht mal unbedingt ausbaufähig paar andere Schwächen gibt es aber es gibt auch viele Stärken das muss man definitiv so sagen ja da sind wir nun in Mainz da sind wir nun und das war es ja für heute erstmal gut die Autos die fahren alle ein bisschen zu schnell das ist mir auch aufgefallen wie die hier teilweise so um die hallo ich bin gefangen na ich wollte auf die Brücke drauf warum bin ich denn jetzt hier gefangen Moment so geht doch eine sehr gute Trainspotter Position hier vorne ja das wird wie gesagt nicht das letzte Video gewesen sein für heute und definitiv auch nicht insgesamt von der Strecke hier da kommt noch einiges lasst mich gerne mal wissen was ihr so von der Strecke haltet ob ihr euch die kaufen werdet ob ihr euch die vielleicht schon gekauft habt und was ihr noch gerne so sehen wollen würdet es ist auf jeden Fall viel in Planung auch ein Szenario ich sag nur Interregio und blaue Wagen und so das kommt noch alles dann bis zum nächsten Mal alles Gute alles Liebe Ciao Ciao Ciao